Ecstasy ist eine illegale synthetische Droge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ecstasy unterdrückt für acht Stunden das Schlafbedürfnis und hilft, die monotone Techno-Musik besser zu ertragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Schlafbedürfnis 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 Ecstasy ist eine illegale synthetische Droge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ecstasy unterdrückt für acht Stunden das Schlafbedürfnis und hilft, die monotone Technomusik besser zu ertragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020